Ja, schon viel weiter. Hallo. Nicht hallo. Nicht? Ein necki, zwei necki Biene. Ah, ich warte noch eine Runde. Gut, bewegt dich. Ach ja. Move-Ment-Laser-Scanica. Hopp. Du sollst kein... Ich dachte, du solltest keine Freunde haben. Ja, dich. Du bist mein allerbester Frag. Pokémon. Nein. Kill me softly. Kill me. Einfach mal ganz schnell durch da, ne? Sicher. Hallo. Hallo. Hat sie mir jetzt... Ist alles geschafft. Du bist mal dagegen geflogen jetzt. Ich hab aber zwei Donkeys. Na, wo ist er? Rot, rot, rot frei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Hättest du gegen gehen müssen? Am Arsch. Nicht am Arsch. Nein, 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 nein. Ich krieg gleich eine Latte. Ich krieg gleich eine Latte hier. Hau doch ab. Das ist wieder in Ruhe. Das ist wieder in Ruhe. Lass mich in Ruhe, hab ich gesagt. Dim, 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 dim. Ah, was kam jetzt? Andersrum. Andersrum. Boah, erstmal auch nicht hinsetzen. Boah, ich hab dieses Level manchmal Liebe und hasse, ne? Ja, ich würd grad sagen, Flash hat gestorben. Hat gestorben. Ich hab dir gleich auch gestorben in deinem Gesicht, Mann. Mann, ich hasse es. Flash gestorben. Warum bleiben wir jetzt an diesem Level wieder hängen? Weil wir sind wieder hängen geblieben. Naja. Hängt man ja eigentlich anders, ne? Ja, gut. Hättest du die Banane gehabt, hättest du 80 gehabt, aber, ne? Wollt ja jemand nicht. Äh. Ich spiel Centos. Ich spiel kein Leben verlieren, also geh ich... Ich spiel aber nicht. Hm. Komm, ich hol mir einfach noch ein Leben, damit ich dich wieder immer verbraten kann. Willst du mich jetzt veräppeln? Hä? Komm, ich hab auch schon noch die Banane. Du holst jetzt nicht noch ein Leben, ne? Hä? Ach, ich bin jetzt Centos. Ich kann mir ja noch ein Leben holen. Du wirst da wieder reinspringen. Und? Mir doch egal. Jetzt soll erst das Leben holen können und dann reinspringen können. Mir doch egal. Mir doch egal. Dann hättest du wenigstens zwei richtig gemacht. Hm. Na, der Gesichtsausdruck so. Na, ich war nicht an der Biene dran. Und dann sagst du mir, war auch. Er war nicht an der Biene dran. Zeitlupe. Ja, war auch nicht. War er auch nicht, hab ich gerade gesagt. Zeitlupe, ne? Ja. Schill mit in ins Gesicht reinspringen. Mach keine Zeitlupe. Wir wollen jetzt alle Zeitlupe sehen. Heizt's Maul. Uh. Jetzt zeigt dir, wer's Maul zeigt. Das war doch gut. Um blub. Nein. Absturz. Warum? Immer bei mir. Doch schön. Aber wir wollte ich auch nie Level leider nicht. Ne. Pokémon. Wir schaffen es nicht. Und ich finde diesen Selfie so kacke. Ja, wieso? Er hätte man wenigstens wieder hinten beim. Beim Ding sitzen können. Mein Körper geil. Du stellst dich aber auch an. Oh, komm. Weil du kannst immer vorher schon die, die oder Dixie verlieren. Ja und? Ja und. Ja und bist ja nur du. Da er gerade ist. Hoch. 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 Ja. Was denn? Was denn? Boah, ganz schön knapp, ne? Das ist da immer knapp. Deswegen hab ich auch mal X, wenn ich da mit einem reingehe. Oh. So, das ist dieser Level hier. Oh. Mir aber gar nicht leid. Da kannst du doch nicht gehen. Doch, kannst du. Nein, kannst du nicht. Doch, kannst du. Schaffst du nicht. Doch. Nein, sonst wäre die ja nicht extra da. Ja und? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das hat ganz schön lange gebraucht, team. Der Bobbocker hat die Impolos-Filler. Ich bin geiler. Ich bin geiler. Ich bin geiler. Ich bin geiler. Geiler. Ich bin geiler. Was zu fliegen? Let's. Hey, wie viele sind das denn? Eins, zwei, drei. Ich seh die gleich ins Gesicht. Ich find das nicht lustig. Ja. Das ist voll traurig, weil die mibemopst. Wischmoppmopp. Wischmoppmoppmopp. Wischmoppmoppmoppmoppmopp. Tod. Die keine Leben cheaten? Oh Gott, keine Lust. Ach so. Ist der Herr zu fein für. Ja. Grad ja. Ich habe ja wieder bei zehn Leben. Da darf ich auch nochmal abstürzen. Was war das denn jetzt? Schlecht. Schlecht sein. Mann, ey. Oh Gott. Spielt das Dixi dann? Dann Dixi dann? Keine Ahnung, wie es danach. Weil die hier sich hier dreht und nicht vorher irgendwie abbricht, die alte. Ja, aber ich stand ja drauf auf. Ach, du standst auf sie? Nein. Ich stand auf Kokolo-Wixer. Ja, ja. Zeitlupe. Nö. Nö. Eine Zeitlupe reicht. Musst du eh nicht. Na, den Teil schaffe ich ja mittlerweile. Ja, schön. Schön für dich. Hallo. Matschkever. Das macht eckig. Ich frage nicht, warum die, die da unten war. Weil er dich nicht mag. Ja, der hätte auch tot. Der hätte auch sterben können. Er wollte auch sterben. Leider haben die das nicht mit einem programmiert. Das alleine stirbt. Ich würde behaupten, dass da oben was ist, aber ich würde da nicht reinfliegen. Komm. Nein. Flick durch. Was hast du doch da? Nein, ich bin safety first hier an solchen Stellen. Ja, du. Ich nicht. Flick. Flick und weg. Mhm. Der kleine Flash ist so blöd. Ja, wie will das meistens nicht, ne? Hm. Ja, ja. Oh, jetzt hast du die beiden getroffen. Und den musst du eigentlich auch gehen. Flick, flick, flick. Alter, wie schnell sind die denn gewesen? Er hat bewusst angehalten mit mir in der Luft, deswegen. Das war das Problem. Oh nein, Klox. Klox heißt's nee. Klox. Kloxen. Du brauchst nur noch zu liegen, du musst aufpassen. Die Dinger sind behindert, ne?